Coach, 2-3 gegen Storlitz-Normann, wie würdest du dieses Spiel analysieren? Ich denke, das erste Periode ist ein langer Zeit, seit ich uns so spielen habe. Wir waren überhaupt nicht gut. Dann haben wir versucht, einen Versuch zu machen, aber unsere Exekution war nicht da. Nicht Dornbrunn, aber Janheim. Sie haben hart gespielt. Wir haben versucht, aber wir konnten nicht einen Weg finden. Nach dem ersten Spiel, wie war das Ziel? Es ist eine Entscheidung, die ich gemacht habe. Wenn ich diese Entscheidung nicht hätte, hätten wir heute nicht einen Punkt gehabt. Manchmal muss ich die schwierigen Entscheidungen machen. Das ist das, was ich gemacht habe. Du kamst zwei Mal zurück. Ist das ein positiver Teil dieses Spiel? Definitiv. Ich denke, von der zweiten Teil haben wir angefangen zu spielen, wir waren mehr auf dem Puck. Aber es war nicht genug. Und einige Kredite geht an Janheim. Sie haben ein guter Spiel gespielt. Wir haben viel besser gemacht. Aber wir haben einen Punkt. Wir gehen weiter. Und das ist Hockey. Die Karte kommt am Sonntag. Welchen Spiel erwartet ihr? Ich erwarte, dass wir einen besseren Start haben. Wir müssen 60 Minuten spielen, wenn wir eine Chance haben. Danke, Coach. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie war das Spiel von deinem Punkt? Ich denke, wir hatten ein bisschen schweres. Das ist frustrierend für uns. Wir haben einen guten Wunsch in Fervar gewonnen. Wir wollten ein bisschen momentum gehen. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gemacht haben. Aber wir haben es nicht richtig gemacht. Wir haben es geschafft, um einen wichtigen Punkt zu bekommen. Und in der Endeffektion nicht wir sind froh, dass wir das Spiel verlieren. Das erste Punkt ist wichtig. Aber in der anderen Seite, wir müssen eine Chance finden, besonders auf der Strecke zu gewinnen. Wir müssen eine Chance finden, um zu den Toppen zu bekommen. Und die Position halten. Die Punkte sind wichtig. Du hast den ersten Moment erwähnt. Was ging falsch von deinem Punkt? Ich fühlte mich, dass wir gute Veränderungen hatten. Und dann kamen wir ein bisschen weg von unserem Spiel. Und ich denke, wenn wir in unserem Spiel sind, wir sind dominant. Wir können das in Zeiten und in den Spielern zeigen. Und vielleicht ist das ein unserer Probleme. Wir haben nicht komplett konsistiert. Wir zeigen Zeiten während dem Spiel, dass wir absolut dominieren können. Und wenn wir nicht in unserem System spielen spielen, und wir wissen, dass es funktioniert. Es ist nicht ein perfektes Spiel. Es ist ein Spiel von Fehler. Und wir müssen sie einfach limitieren. Und lernen von es. Und wir sind bereit für einen großen Spiel am Sonntag. Der Trainer hat den Goalkeeper nach dem ersten Spiel verändert. Haben Sie sich über diese Entscheidung überrascht? Das ist manchmal Teil des Spiels. Es ist nicht unsere Entscheidung als Spieler. Aber von dieser Perspektive, wir müssen sie in der Mitte defendern und spielen gut. So, ob es Treppich oder JP ist, wir müssen sie gut in der Mitte sein. Karte ist auf der Sonntag. Was muss sich verbessert werden? Ein guter Start. Ich denke, wir haben heute noch gute Veränderungen. Wir müssen sie auf der Sonntag. Und wir müssen sie gut starten machen. Aber wir müssen sie gut starten machen. Und wir müssen uns selbstständig sein. Wir müssen sie wirklich drühen, wir müssen uns bereit sein. Wir müssen uns die Spiel bringen, aber auch die Spiel, die du für die Wünste sind. Sie sind diejenigen, die du spielen, die du spielen können. Ich bin sicher, dass unsere Fans von uns gut sind und wir werden. Wir werden uns gut fühlen und wir werden. Was haben wir heute für die Wünstehung? Was haben wir heute für die Wünstehung? Wir sind sicher, dass wir heute zwei Wünstehung haben. Derby war für uns derby. Die Frage, was hat die Nachschlag zum Sieg gemacht gemacht nach der Niederlanden Serie, hat seine Aussprache intern gegeben, es wurde nicht mit harten Worten gespart und wir wollten das Spiel um jeden Preis gewinnen. Myslíste, dass dieser Výsledek in den nächsten Zápas kann? Wir müssen daran glauben, es sind ja noch sehr wichtige Spiele für uns. Die Hoffnung auf das Play-Off ist natürlich sehr wichtig. Es wird sehr schwer, wir haben sehr viele Spiele zu Hause verloren, jetzt müssen wir auswärts punkten, aber solange die Chance theoretisch aufrecht bleibt, wollen wir natürlich um diese Chance kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank.